Legion Die Kultisten haben die Milizen der Bruderschaft ihrem Willen unterworfen. Vernichten Sie die Kultisten, um unsere Soldaten zu befreien. Baut. Baut. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Bau abgeschlossen. Vorwärts. Ich frage, schaffen die das? Es hat ein Käfer auf dem Kopf. Und jetzt boomt der Schädel. Panzerdivision. Weil die waren zu nah an meiner Basis dran. Und ich habe Angst, dass die dann... Ich finde das eigene Bau und eben noch eine Verteidigung. Zumindest so ein bisschen Verteidigung. Verteidigung. Ausbildung. Die Bruderschaft vertraut in mir. Einheit verloben. Wahrheit. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Brich. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Wir haben die Raketen. Wir wollen die Besitz. Ungeeigneter Bauplatz. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Einheit wird angegriffen. Wir haben die Raketen. Unterstützpunkt wird... Da darf nur kein X entstehen. Wir haben die Raketen. Da darf nur kein X entstehen. Einheit wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Wahrheit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, wie gesagt, ich möchte eben noch eine Verteidigung bauen, damit wir hier... So, ab jetzt ist Feierabend mit den... ...Flugzeugen, die mich hier dauerhaft schikanieren. Das unterbinden wir mal sofort hier mit... ...n bisschen los. Ich erinnere mich auch noch daran, wie wichtig Flugabwehr war in diesen Missionen. So, die hatten die Flugzeuge, ne? Ja, wir brauchen erst noch eine Flugabwehr. Vorher können unsere... Vorher kann unsere Verteidigung... ...ist unsere Verteidigung einfach nicht stabil. Wir brauchen hier vorne noch eine Flugabwehr. Und dann bauen wir noch Fahrzeugabwehr und hier noch ein bisschen... ...naja, von den anderen... ...aber das ist auch schon wieder einfacher, als ich erwartet habe, tatsächlich. Also, ich struggle jetzt zwar natürlich, klar, aber es ist irgendwie... Ich sag mal so, ihr startet relativ human, ja? Ja. 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 Boah, jetzt kommt mir dieses Problem, dass ich hier kein Geld bekomme oder was? Einheit wird angegriffen. Die Gehen nur ist Macht. Man kann nie genug haben. Wir werden bald Kadir nach da schicken. Relativ gefahrlos. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So viel bringt es, wir bauen nur noch eine Verteidigung. Aber das gehört jetzt halt dazu. Das ist jetzt... Das gehört ja jetzt wirklich noch zur Verteidigung. Ja. Wie lautet der Plan? Sind unterwegs. Wer steht als nächstes an? Mauer abgeschlossen. Lass dich mal reparieren bitte, oder? Oh shit an. Ja ja, das ist alles gut. Gut. So mehr oder weniger halt, ne? Jetzt machen wir hier noch so eine Personenabwehr hin. Oh, das war nicht gut. Das war sogar richtig dumm. Oh ja. Und man kann nicht immer schlau sein, ne? Baut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Neue Bauoption. Baut. Wird gebaut. Baut. 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 Schön ist noch nicht mehr. Und Kind wird nicht mehr fanden. Baut. 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 Abgebrochen ist jetzt aber nicht nach Plan gewesen. Jetzt bauen wir noch eine vernünftige Endverteidigung auf und dann haben wir es. Einsatzbereit. Luftangriff bestätigt. Bau abgeschlossen. Und zu reichen wir mit. Kassan, wir stehen heim! Reparatur läuft. Das ist alles bereit. Langsam. Achso, die beiden sind gerade auf dem Weg deswegen. Ja. Unser Schlitt ist auf dem Weg angegriffen. Bau abgeschossen. Einheit wird angegriffen. So. Jetzt ist unsere Verteidigung in den letzten Zügen. Dann haben wir es geschafft, uns erfolgreich schon mal zu verteidigen. Beschlossen. Ich weiß, die andere Seite wird gerade krasser attackiert, aber... Bestätigt. Unzureichende Mittel. Ich sag, wie es ist. Ist mir egal. Denn ich muss den Tiberium Tumor auf jeden Fall beschützen. Denn wenn ich den nicht beschützt bekomme... Ist vorbei. Jetzt bauen wir hier noch ein paar von den Mobilisten hin. Und dann sind wir am Ziel für weiter angekommen. Und an der Stelle machen wir dann nächstes Mal weiter. Ja. Ja, und das Update bitte auch noch. Dein Bedarf ist möglich. Da noch einer hin, da noch einer hin und da. Das ist jetzt vielleicht noch einmal Sammler hin und her fahren und dann haben wir es. Dann ist unsere Verteidigung so weit fertig, dass ich sage, für heute ist es gut. Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Ich möchte, dass es auf jeden Fall eine Rundumsicherung ist. Es ist mir egal, wie, aber der sollte auf jeden Fall komplett gesichert sein. Das Bonus-Ziel haben wir schon angefangen zu machen, da fehlen nur noch die beiden. Ich möchte auch erstmal die Lücken hier füllen, dann machen wir hier unten noch einen hin und dann sind wir fast fertig. Betonung liegt auch fast fertig. Ja, weil so krass ist es jetzt hier auch nicht, ne? Seien wir mal ehrlich, die L-Gen sind zwar schon gut aufgestellt, aber... Wenn wir hier erstmal auffahren mit diesen Belisten, haben sie keine Chance mehr. Jetzt vielseitig, wir stellen hier unten noch einen hin, dann bauen wir noch den und dann sind wir durch für heute. Dann haben wir es für heute geschafft! Dann gehen wir es für heute. Serenens, Laser-Geschütze. Ja, manche Sachen davon sind echt praktisch. Ja. Wir bauen halt gerade viel, ne? Aber ich möchte nächstes Mal dann auch direkt eine gute Basis, mit der wir anfangen können. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube bis jetzt die schwierigste Mission, die wir gemacht haben, war Schlüssel zur, ich weiß nicht genau, was das hieß, aber das war die bis jetzt schlimmste Mission. Die war richtig anstrengend auch, einfach. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Bau abgeschlossen. Ähm... Ungeeigneter Bauplatz. So, Ladies and Gentlemen. Damit speichern wir auf jeden Fall ab. Und, oh, wir haben noch gar nicht abgespeichert. Das war natürlich risikoreich, ja. Ähm, Mission 10.1. Speichern wir ab. Ähm... Und an genau dieser Stelle... Speichern wir nochmal ab, falls es nicht gespeichert hat aus irgendeinem Grund. Ähm... Und obwohl so schwer war das jetzt nicht, also das würde ich von oben hinbekommen. An dieser Stelle wird der Stream allerdings für heute enden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ähm... Wir werden, ähm... Morgen, denke ich, den Planet Coaster Stream nachholen, der am Montag ja leider ausgefallen ist. Und am Sonntag... Ja, vielleicht machen wir am Sonntag schon hier weiter in diesem Spiel, weil es macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß. Ähm... Und da müssen wir dann mal gucken. Ähm... Ja, oder wir machen Monster Antibiot, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich machen wir eher Command Conquer, Tiberium, äh, 3, Cain's Rache. Mal gucken, das ist auch, glaube ich, nicht mehr allzu lang. Ähm... Ich wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall noch einen wunderschönen... Eine wunderschöne restliche Nacht. Schlaft alle gut und träumt was Schönes. Ich bin damit raus und sag... Bye, bye! Danke fürs Dabeisein. Bye! Bye!